Ich hatte gestern Abend ein Projekt am Laufen, was ich dann aber wieder verworfen habe. Wisst ihr, was mein Projekt war? So lange Silberpacks zu ziehen, bis ich das Schalke-Trikot ziehe, weil das Schalke-Trikot immer noch extinct ist. Ich habe dann 15.000 FIFA-Points in Silberpacks reingesteckt und mir danach gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade? Und wisst ihr, was ich für eine Legende gezogen habe? Das war der absolute Nachtritt. Ich zeige euch, wen ich gezogen habe. First Order. Guck mal, wen ich hier First Order gekriegt habe. Ist das Geisteskrieg.